Guten Tag! Grüß Gott! Was kann ich für Sie tun? Ich möchte meinen Führerschein zurückgehen. Ich bin jetzt wohl doch zu alt. Das ist aber sehr vernünftig von Ihnen. Ah ja, ich weiß, dass es keinen Sinn mehr hat. Hier. Verzeihung, aber das ist Ihr Reisepass. So. Solche Sachen mache ich dauernd. Dann wird es ja wohl höchste Zeit, nicht wahr? Ja. Hier. Verzeihung, aber da liegen 50 Mark drin. So. Also, vergesslich bin ich. Immer lasse ich irgendwo was drin. Ich wollte Ihnen doch... Wo habe ich denn bloß meinen... Hier, Führerschein, habe ich schon. Ja, ja. Na ja, einmal muss es ja sein. In den paar Jahren, die mir noch bleiben. Ja, Herr Professor, da gehen Sie halt zu Fuß. Nein! Nein! Da fahre ich mit dem Taxi in meine Klinik zum Operieren. Nie, ich bin fertig. Kompetenz. JulgCheck. Dann, was Sie ein Workart stand? Ja, dass Sie immer nochıyern? Ja. Nein! Aber von der Mann her bin... Ich bin wirklich klar.